Hallo liebe Fußballfreunde, Regionalliga West 2012 2013, Erster Spieltag. VfB Hülis, wie das auch... Ich habe keine Ahnung wie das in Minecraft heißt... Ich habe ich nur gerade vorgelesen... VfB Hülle, Hülz, Hülz, keine Ahnung, wo die Mannschaft herkommt, gegen Fekoria Köln, Ergebnis 0 zu 2. Geden überhaupt die Fußballvereine noch vom VfB Hülle, Hülz, 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 Hülle, Hülz, Hülle, Hülleích, Mengen generelle Summit myself. Aber Gegner, das weiß ich nicht, ich kann gerne euch Kommentare Mineir schreiben hauen. Und wenn? Welche Liga? Ergebnis 0 zu 2 Startelf VfB Höhlerz Ran... 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 Son... Rihung... Schlüter... Schickes... Schock... Gesee... Hofmann... Riko... Keg... Oscha... Wies... I... Tahi... Erig... Startelf von... Back... Et suffered for Cori pergunt. Rompa... Ko... Tsha... enters... Hu... Koukel... Ka... Eisenmaier... Ho... nants... Schülkenes... Schül... Lä... Das war's von VfB Hülers gegen FC Fikoria Köln. Uhrzeit 1.14 Uhr.